So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der A&M. Ich bin Ilja und das ist Tim und heute geht es einfach um das Thema, wann macht es mehr Sinn? Also du stellst dir wahrscheinlich die Frage, okay, sollte ich lieber ein Coaching oder eine Agenturdienstleistung dementsprechend jetzt für mich gerade buchen? Was macht für mich einfach mehr Sinn? Du bist Handwerker oder Geschäftsführer und fragst dich jetzt vielleicht, okay, solltest du lieber mit einem Coaching starten oder einen externen Partner buchen, eine Agenturdienstleistung, die dir bei den Themen Neukunden oder Mitarbeitergewinnung zum Beispiel weiterhilft. Punkt Nummer eins, haben wir hier aufgeschrieben, ist erstmal die Frage, wo stehst du derzeit eigentlich und wo möchtest du mit deiner Firma hin? Bist du derzeit am Anfang? Hast du dein Unternehmen gerade gestartet oder bist gerade in der Gründung oder hast du vielleicht auch schon einen Betrieb mit zehn Mitarbeitern? Wie ist dein Umsatz derzeit? Das sind alles Punkte, die natürlich darauf eben mit einfließen, was für dich derzeit mehr Sinn ergibt. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, du hast 100.000 Euro Auftragsvolumen derzeit im Monat, wie profitabel bist du dort derzeit? Ist es ein Thema, dass du vielleicht an deiner Profitabilität arbeiten musst? Kriegst du derzeit nicht profitable Aufträge, dass du vielleicht die falschen Leute anziehst, dass du dir erstmal das Thema Marketing anschauen solltest? Oder sind es vielleicht auch eher interne Prozesse, Strukturen, Abläufe, die da falsch sind? Das können ganz verschiedene Ausgangspunkte sein. Genau. Und als nächstes kommen wir zu dem Punkt, okay, wie viel Zeit hast du? Das ist auch natürlich eine sehr entscheidende Frage, weil du musst dir natürlich auch stellen, bei einem Coaching musst du logischerweise, also du wirst halt, wie gesagt, dir wird etwas beigebracht und du musst halt natürlich selbst umsetzen. Das heißt, du musst selbst natürlich schon mal viel Zeit investieren. Du kannst ungefähr damit rechnen, dass du pro Woche mindestens fünf Stunden an Zeit auf jeden Fall mitbringen musst, damit du es natürlich auch, damit du auch logischerweise auch vorankommst. Bei einer Agenturdienstleistung wiederum ist es halt so, dass du jemanden hast, der das eigentlich für dich komplett übernimmt. Das heißt, du hast automatisch halt damit natürlich einen geringeren Zeitaufwand einfach dahinter. Das ist, wie gesagt, die Frage, die du dir stellen musst, okay, wie viel Zeit habe ich und worin oder worin kann ich natürlich auch meine Zeit auch gerade investieren? Genau. Cool. Jetzt haben wir hier einmal aufgelistet, also was sind eigentlich die Vorteile? Also bei einem Coaching ist es ja eben so, ein Coaching, das kann ja jetzt ganz viele verschiedene Bereiche betreffen. Ist es spezifisch im Bereich Systeme und Abläufe? Ist es ein allumfassendes Coaching? Es gibt ganz viele Coachings da draußen. Jetzt, wenn wir spezifische oder auch allumfassende Coachings haben, dann bringen die dir natürlich erstmal einen großen Wissensschatz mit. Du kannst die Grundlagen verstehen, manchmal hast du auch eine Community mit dabei, du kannst dich untereinander mit gleichen, ähnlichen Betrieben austauschen und du kannst, wie erwähnt, die ganzen Grundlagen dazu lernen. Musst es aber dann am Ende des Tages, du musst einfach in die Umsetzung kommen und du musst das alles selbst umsetzen. Das heißt, wenn du die Zeit dafür hast, dann macht es Sinn, dann kannst du dich da dran setzen, alles lernen, kannst es selbst umsetzen, dann wirst du mit einem Coaching auch super Erfolge erzielen. Genau, was du aber dabei natürlich trotzdem mal bedenken solltest, ein Coaching ist, wie gesagt, allumfassend. Das heißt, du lernst im Endeffekt von jedem Bereich etwas. Du wirst aber logischerweise natürlich nicht in jedem Bereich dann automatisch der Experte. Ja, das ist einfach so, weil du natürlich für jeden Bereich und natürlich, also um in einem bestimmten Bereich der Experte zu sein, musst du einfach selbst sehr viel Zeit natürlich investieren. Ja, das machst du natürlich sowieso halt bei dir, gerade halt in deinem Handwerksbetrieb, natürlich um deine Produkte oder ähnliches natürlich besser, also einfach zu verkaufen, logisch, weil du ja halt, oder auch natürlich zu verbauen, weil du halt logischerweise halt damit dein Geld verdienst. Ja, das heißt also, wie gesagt, zum Beispiel beim Thema Marketing konkret, ist es halt so, dass du natürlich leider nie auf dieses Niveau kommen wirst, wie jemand, der natürlich den ganzen Tag halt das Marketing einfach betreibt. Ja, jeder sollte sich natürlich auf sein Handwerk logischerweise einfach fokussieren. Viele Unternehmer haben ja langfristig auch das Ziel, dass sie sich irgendwann auch zeitlich aus dem Unternehmen herausziehen wollen. Ja, wenn du jetzt alles selbst in die Hand nimmst, in jedem Bereich selbst Experte werden möchtest, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit, dich dann langfristig aus dem Unternehmen herauszuziehen. Gerade auch viele Coaches da draußen, ja, die machen es ja langfristig selbst so, dass sie irgendwann bestimmte Bereiche im Unternehmen, ob es jetzt eben das Marketing ist, ob es irgendwie eine PR-Abteilung ist, ob es bestimmte andere Dinge sind, dass sie die auch extern vergeben, weil das eben die Experten sind und die sagen, alles klar, meine Zeit ist es gar nicht wert, selbst dort eben viel Zeit zu investieren, sondern ich buche mir den Experten, der hat mehr Erfahrung, der übernimmt das für mich und somit kann ich trotzdem in der Firma gute Ergebnisse in diesem Bereich erzielen, muss es aber selbst intern nicht umsetzen. Das ist natürlich auch eine Frage, die du dir selbst stellen solltest. Wie möchtest du dein Unternehmen strukturieren? Möchtest du Experte in einem selbst werden? Es selbst langfristig übernehmen? Oder möchtest du es vielleicht auch irgendwann an jemanden extern übergeben? Genau, zudem kommt logischerweise dazu, dass du bei einer Agentur natürlich keinen Zeitaufwand hast, beziehungsweise einen sehr, sehr geringen Zeitaufwand, weil natürlich die Agentur für dich diese Dienstleistung übernimmt und sich natürlich um alles kümmert. So, als nächstes hast du da natürlich nochmal, dass du bewährte Strategien und natürlich Prozesse hast. Das heißt, diese Agentur sollte logischerweise halt auch auf einen Bereich spezialisiert sein, weil dadurch weißt du auch, okay, die haben natürlich schon Kunden in dem Bereich. Das heißt, da weißt du natürlich, dass das Ganze funktioniert und weißt, okay, den Weg, den du da jetzt gerade nimmst, wie gesagt, der funktioniert natürlich. Das heißt, alles läuft einwandfrei ab. Das heißt, sozusagen Proof of Concept ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Also bewährte Prozesse, Strukturen und Wege, die da einfach natürlich dafür sprechen. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass du auch eine Agentur nimmst oder einen Partner, der da drin auch Erfahrung hat. Es macht natürlich nicht viel Sinn, wenn du jetzt eine Agentur hast, die hat nur eben zwei, drei Mitarbeiter, die haben auch erst zehn Projekte umgesetzt. Dann ist halt die Frage, wie viel Expertise haben die in dem Bereich? Wie häufig haben die das überhaupt umgesetzt? Also wie erwähnt, Grundvoraussetzung ist, dass du jemanden hast, der ist auf deinen Bereich spezialisiert und der hat dort auch schon gute Ergebnisse erzielt, die er dann für dich natürlich auch umsetzen kann. Genau. Und zum Thema Ersparnis ist es auch natürlich immer so ein Punkt, wo es einfach nochmal gezielt auch um die Kosten geht logischerweise. Das heißt also, bei einer Agentur, die ist natürlich für einen speziellen Bereich da tätig, da aber wie gesagt natürlich einfach tiefer drin als zum Beispiel in einem Coaching und dafür sparst du dir logischerweise auch erst mal viel mehr Kosten. Das heißt also, wenn du merkst zum Beispiel, du hast einen konkreten Engpass, wie zum Beispiel, hey, du merkst, ich habe einfach nicht genug Kundenanfragen oder ich bin zum Beispiel jetzt einfach, jetzt mal ganz grob gesagt, im Thema Marketing einfach nicht so weit drin und möchte mich darin einfach verbessern, indem ich halt wie gesagt einfach an mehr Aufträge komme, mehr Anfragen bekomme, besser aufgestellt bin, wie gesagt, im Thema Marketing, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, eine konkrete Agenturdienstleistung zu buchen, weil damit du da natürlich auch schneller vorankommst. Das hast du, wie gesagt, dann bei einem Coaching halt wiederum einfach nicht, weil du da natürlich, wie gesagt, aus vielen verschiedenen Themen halt lernen kannst. Das Coole wiederum aber natürlich beim Coaching ist, dass du halt, ja, wenn du natürlich daran Interesse hast, dann macht es natürlich auch Sinn, sowieso das Ganze zu machen, weil dann kommst du natürlich auch nochmal für dich persönlich halt dann dementsprechend auch einfach nochmal weiter. Eine gute Übung, die man da machen kann, ist ja auch als Geschäftsführer oder als Selbstständiger sich einfach mal seinen eigenen Stundenlohn zu berechnen und dann einfach zu schauen, ist es das überhaupt wert, meine Zeit dort hinein zu investieren. Ja, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt zehn Stunden im Monat einfach in den Marketingbereich beispielsweise für die Neukunden- und Mitarbeitergewinnung investieren und ich rechne mir das am Ende des Tages mal hoch, ja, dann habe ich einen bestimmten Wert und dann kann ich einfach schauen, okay, gut, ist es das wert, diese Zeit da rein zu investieren oder buche ich für dasselbe Geld, einfach eine Agentur, die da viel mehr Expertise hat, die da schon langjährig Erfahrung hat und das dann am Ende des Tages einfach für mich besser umsetzen kann. Gut, um es einmal zusammenzufassen, ja, für wen ist jetzt das Coaching besser geeignet, für wen die Agenturdienstleistung? Bist du jetzt eine sehr wissbegierige Person, du bist vielleicht auch gerade in der Gründung, du musst in allen Bereichen erstmal noch die Grundkenntnisse kennenlernen, dann macht es für dich Sinn, dort erstmal in die Informationen reinzugehen, ja, du kannst in allen Bereichen die Grundlagen kennenlernen, dich vertiefen, andere Unternehmer kennenlernen, für den macht das Coaching Sinn, sagst du, okay, gut, ich brauche einen Partner, der es einfach für mich als Experte übernimmt, ja, wo ich weiß, ich kann super gute Ergebnisse erzielen, dann macht es für dich Sinn, eben auch eine Agenturdienstleistung zu buchen, ja, weil du weißt, diese Strategien funktionieren und der Experte übernimmt alles für mich, ich muss keine Zeit investieren. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. Vielen Dank.